so gibst du mir einen speicherpunkt schmelzen der wiederkehren sieht ein bisschen montage oder zerstörung nach bedarf auf ja und jetzt kriegen wir eine fähigkeit oder was jetzt einen schirm drücke wenn du ein ziel anwesierst und mit alice regenshop abblocken das stimmen bestimmt das timing kann er es blocken gewisse feindliche angriffe umlenken bedrohlicher verfall ja wie setze ich den ein so schön spiel wie setze ich dann den regenschirm ein das ist zack bumm 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 ich habe keine ahnung wie ich den regenschirm einsetzen und ich falle kacke gleich warte mal ähm wie mache ich das denn bitte ich kann doch nicht jetzt auch mal ich muss ja auch mit dem ich spiel mit meinem pet darum mhm uvik bummel stecken pferd fernwaffe wechseln kann man lol wir haben gar keine oder was ja 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 toll ihr witzkinder äh klicken zielmodus äh geil wie soll ich denn also sollte ich jetzt mit gamepad plus okay äh eh klappt eh klappt nicht ach das war scheiße ähm mich audio blödkapp jan so warte mal kann ich hier auf beleg ich kann auch nicht auf beleg belegung gehen also warte mal anvisieren schrumpfen halten fernwaffe abfeuern ausweichen bewegung fernwaffe wechseln vor paar klinge springen schweben stecken pferd bewegen kamera klicken zielmodus richtig alles okay äh aber äh hallo ich kann nicht ich kann auch nichts wechseln oder was ja das ist geil ja er hat halt einfach eine verteidigung wisse aber es gibt immer nur es gibt immer mehr wege ein gegner zu besiegen ja außerhalb ok es gibt aber immer wie gesagt mehr wege einen gegner zu bezwingen wow 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 ok ja ja fuju maul was das problem ist wie gesagt ich kann den regenschirm nicht ausrüsten oder warte mal kann ich nö auch das geht nicht äh das ist so beschissen schissen sorry aber das ist ich kann ok ja ich kann den regenschirm nicht mal ausrüsten geil ich drück die an ich smash eh ich smash eh schon die ganze zeit äh es geht nicht geil wa so geil haha ähm ja keine ahnung was ich jetzt machen soll äh ich werde erstmal keine ahnung äh was ich jetzt mache weil ich kann mit dem xbox pad ich kann zwar ein auf ich kann zwar ein auf ok er hat schon mal den kopf verloren hat mich ja nur arsch viel leben gekostet mittlerweile wow ja ja jetzt reicht's mir spaß die man so man hat ja nur 15.000 jahre gedauert buhja ich bin immer noch am s2 ne da sind wir nicht schade wär zu geil alles das kannst du aber noch nicht machen so so sicher und dann bewegt sich das fiech sogar noch das ist jetzt jahre her ist zeit diese kinder rein abzulegen das ist der das ist der das ist der dings gewesen ne boah aber das hat uns aber auch leben gekostet so 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 Achso, ich seh, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Okay Ja, den Regen schon blockt Ich hoffe, dass man den neben dem Spiel die ganze Zeit braucht Weil sonst haben wir ein Problem Äh, und wir fahren jetzt Drunter Dum 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 Ladebildschirm So, und wenn jetzt ein Selfpoint kommt, dann mach ich einen Cut Äh, weil, äh, Alter Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter Frei zu leben Und zu arbeiten Nö, lieber zu zocken So Ja, auch umgekehrt Aber ich mach jetzt hier einen Schnitt Eine Stunde und wo Über 20, 30 Minuten Ich weiß es nicht, ich hab nicht genau auf die Uhr geguckt Vielleicht sind es eine Stunde oder 20 Minuten Das heißt, es sind, mal gucken, vielleicht immer noch 15 Minuten Parts, wo ich mal gucken, wie ich es mache Mal schauen, aber ich würde sagen Das war die erste Aufnahmesession von Alice Madness Returns Ich hoffe, das hat erstmals euch gefallen Ähm Und ich würde sagen, bis dann, haut da rein Und Cheerio Ich würde sagen, bis dann, haut da rein Und ich würde sagen, bis dann, haut da rein